Astronomie-Teams haben jetzt ein Objekt in 20 Lichtjahren Entfernung entdeckt, das weltweit große Rätsel aufgibt. Denn es ist eine Art Grenzgänger und steht genau auf der Grenze zwischen Stern und Planet. Es ist deutlich schwerer als der Jupiter, aber nur knapp größer. Zudem hat es Polarlichter und ein äußerst starkes Magnetfeld. Also wirklich ziemlich mysteriöse Eigenschaften, die so eigentlich nicht zusammenpassen. Was steckt hinter dem geheimnisvollen Objekt? Clixoom Science & Fiction herzlich willkommen! Das jetzt entdeckte Objekt mit der Bezeichnung S-I-M-P-J 01365663-0933473 ist in wirklich besonderer Weise äußerst mysteriös, eigentlich ähnelt es einem braunen Zwerg, aber dann doch nicht. In unserer Milchstraße könnte es 100 Milliarden Stück von diesen braunen Zwergen geben, sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie zu kalt und zu klein sind, um echte Sterne mit anhaltender Kernfusion zu werden. Auf der anderen Seite sind sie aber auch zu groß und zu warm, um als Planet durchgehen zu können. Oft werden diese Objekte deswegen als gescheiterte Sterne bezeichnet. Auch in direkter Nachbarschaft zur Erde existieren solche braunen Zwerge. Beispielsweise umkreisen sich nur 6,6 Lichtjahre von uns entfernt gleich zwei braune Zwerge. Doch das jetzt entdeckte Objekt ist anders. Entdeckt wurde es von einem Astronomie-Team aus Kalifornien. Sie hatten es mit Radioteleskopen des Very Large Arrays beobachtet und gleich festgestellt, dass es für einen braunen Zwerg eigentlich zu klein und zu leicht ist. Hier jetzt seine konkreten Daten im Vergleich zum Jupiter, dem größten Planeten des Sonnensystems. Das mysteriöse Objekt ist rund 12,7 Jupitermassen schwer. Doch die Grenze, ab der eine Deuterium-Kernfusion möglich ist und ein Objekt als brauner Zwerg bezeichnet werden kann, liegt bei 13 Jupitermassen und so liegt das Objekt knapp darunter. Zudem ist das Objekt auch mit seinen 825 Grad auch nicht heiß genug für einen braunen Zwerg. Das Forschungsteam schätzt den mysteriösen Himmelskörper auf Jugendliche 200 Millionen Jahre. Diese Fakten lassen also eher darauf schließen, dass es sich um einen riesigen Planeten handelt. In Frage kommen unter diesen Umständen nur sogenannte Einzelgängerplaneten. Das sind Gasriesen, die alleine durch das All wandern und eben nicht um einen Stern kreisen. Bisher geht man davon aus, dass solche Einzelgängerplaneten entweder ähnlich wie Sterne entstanden sind, nämlich durch den Kollaps von Gaswolken. Als eine andere Möglichkeit ihrer Entstehung werden Turbulenzen angesehen, die die Objekte aus ihrem Heimatplanetensystem ins All geschleudert haben. Zu all diesen Rätseln kommen zwei weitere seltsame Beobachtungen hinzu. Der mysteriöse Himmelskörper hat ein gigantisches Magnetfeld, etwa 200 Mal stärker als das vom Jupiter. Dazu schreibt das Forschungsteam aus Kalifornien, Zitat, die Kombination von Alter, Masse und Temperatur dieses Himmelskörpers kann ein so starkes Magnetfeld nicht erklären. Doch wie kommt es dann zustande? Eine Vermutung ist nun, dass das Objekt eine extrem schnelle Rotation besitzt. Was zudem weitere Rätsel aufgibt. Der Grenzläufer hat auch Polarlichter. Wie kann das sein? Schließlich gibt es in seiner Nähe keine Sterne und somit auch keine Sonnenwinde, die diese Leuchterscheinungen durch eine Interaktion mit dem Magnetfeld erklären könnten. Eine Erklärung könnte sein, dass das Objekt einen Planeten oder Mond besitzt, der in Wechselwirkung mit dem Magnetfeld des mysteriösen Objekts Polarlichter auslöst. Ähnlich passiert dies beim Saturn und seinem Mond namens Enceladus. Vorstellbar wäre aber auch, dass die Polarlichter durch Wechselwirkungen innerhalb der Atmosphäre des Objekts entstehen. So ist es bei einigen Polarlichtern des Jupiters der Fall. Auf die große Frage Planet oder Brauner Zwerg haben die Astronomie-Teams bisher keine eindeutige Antwort geben können. Dennoch wurde das Objekt bereits in eine Gruppe eingeordnet und zwar in die Spektralklasse T2.5. Darin befinden sich braune Riesen, die in ihren Spektralsignaturen Hinweise auf Methan, Wasser, Kohlenmonoxid, aber auch Natrium und Kalium in ihren Atmosphären haben. Das Forschungsteam aus Kalifornien ist sich sicher schon bald mehr über dieses Objekt zu wissen. Das könnte dann wiederum dabei helfen, die magnetischen Prozesse bei Sternen und Planeten besser zu verstehen. Das sagt eine der beteiligten Forscherinnen Melody Kau. Ab sofort könnt ihr auch bei Clixoom Mitglied werden. Für einen monatlichen Betrag bekommt ihr neben ein paar Privilegien ein extra Video und einen extra Livestream nur für euch. Einfach hier unten auf Mitglied werden klicken und wenn ihr kein Video zum Thema Astronomie und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei Whatsapp, dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf Youtube und werdet sogar vorab über neue Videos informiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal. Klick zum Social Media abonnieren, dafür hier klicken, aber nicht die, genau die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken, erste Aufzeichnung einer Supernova-Explosion. Bis dann, bleibt dran!